Kalanta Wollny, das steckt wirklich hinter ihrer Verhaftung. Das Drama zwischen Kalanta Wollny, Mama Sylvia und Jeremy Pascal entwickelt sich zunehmend zu einem Krimi. Am Donnerstag Nachmittag die schockierende Nachricht, Kalanta wurde verhaftet. Aus dem Gefängnis holte sie Mama Sylvia. Was steckt dahinter? Nun kommen neue Details von der Staatsanwaltschaft ans Licht. . Kalanta Wollny wurde verhaftet. Am Donnerstag scheint der Familienstreit bei den Wollnys seinen traurigen Höhepunkt erreicht zu haben. Denn in den Instagram-Stories von Kalanta Wollny ist auf einmal zu lesen. Kalanta wurde gerade verhaftet. Wer die Story gepostet hat, wenn nicht die 23-Jährige selbst, ist unklar. Denkbar wäre aber natürlich, dass es ihr Freund Mason war, der auch Vater der kleinen Katalea, 5, ist. Warum Kalanta verhaftet worden ist und ob das Ganze etwas mit dem Streit mit ihrer Familie zu tun hat, ist zunächst unklar. Sylvia Wollny bewahrte ihre Tochter vor dem Gefängnispunkt. Am Freitagmorgen erfahren ihre Fans, dass sich die 23-Jährige wieder auf freiem Fuß befindet. Kalanta meldet sich in ihrer Instagram-Story selbst zu Wort und erklärt, dass es ausgerechnet Sylvia Wollny, 59, war, die ihr dabei geholfen hat. Ich bin wieder zu Hause. Nachdem ich heute verhaftet wurde, Gründer bleiben privat, hat meine Mutter die Kaution gezahlt. Die Verhaftung hatte nichts mit meiner Familie zu tun. Ich werde mich erstmal zurückziehen. Dann sprach sie ihre Mutter direkt an und bedankte sich bei dieser, ehe sie sich entschuldigte, ich danke dir für deine Unterstützung und dass du mich dort rausgeholt hast. Das werde ich dir nie vergessen. Und es tut mir leid, was ich öffentlich über dich gesagt habe. Punkt Staatsanwaltschaft stellt klar, Sylvia zahlte Kalantas ausstehende Geldstrafe. Doch was steckt hinter der Verhaftung? TV-Movie.de hat nur neue Informationen über den bizarren Fall ans Licht gebracht. Tatsächlich habe es keine Kautionszahlung gegeben. Richtig ist offenbar aber schon, dass Kalanta aufgrund einer Zahlung Sylvia aus einer Gefängnisstrafe entgangen ist. So teilte eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock dem Portal am Freitagmorgen, 9. Februar, mit, dass es bei Kalanta Wollnys Verhaftung um die Vollstreckung einer Ersatzfreiheitsstrafe ging. Es habe laut TV-Movie.de eine Verurteilung und eine Geldstrafe gegeben, die jedoch nicht bezahlt worden sei. Daraus sei der Haftbefehl resultiert, so die Sprecherin weiter. Punkt welches Vergehen sich die 23-Jährige jedoch hat zu Schulde kommen lassen und deswegen verurteilt wurde, das wurde nicht bekannt. Der Familienstreit steckt aber offenbar nicht dahinter. Zwar soll Familienoberhaupt Sylvia keine Kaution gezahlt haben, jedoch die rechtskräftige Geldstrafe für Kalanta übernommen zu haben, die seit Anfang Februar nicht bezahlt wurde. Anderenfalls hätte Kalanta Wollne laut Informationen des Portals tatsächlich ins Gefängnis gemusst, und zwar für rund anderthalb Monate. Laut Staatsanwaltschaft wäre es für 45 Tage in die Justizvollzugsanstalt gegangen. Punkt Eskalation um Kalanta Wollny, das war zuvor passiert. Punkt Im Dezember brach Kalanta Wollny erstmals ihr Schweigen und äußerte sich via Instagram ausführlich zu ihrem Verhältnis zu Tochter Katalea, ihrer Familie und vor allem zu Mama Sylvia Wollny. Dabei ließ sie immer wieder durchklingen, dass sie Püppi, wie ihre Tochter genannt wird, nicht freiwillig bei ihrer Familie gelassen hätte. Außerdem erhob sie auch immer wieder mal Vorwürfe gegen ihren Vater Dieter Wollny sowie Bruder Jeremy Pascal Wollny und machte ihre Enttäuschung über das angebliche Schweigen ihrer Mutter und ihrer Schwestern regelmäßig Luft. Das Ganze gipfelte in einem heftigen Netzstreit. Vor wenigen Tagen hatte sich erstmals auch Jeremy Pascal Wollny zu den Anschuldigungen seiner Schwester gemeldet, und ganz nebenbei auch verraten, dass er sich nach jahrelangem Zoff wieder mit seiner Mama vertragen hätte. Außerdem behauptete er, dass seine jüngere Schwester psychische Probleme hätte und drogenabhängig sei, letzteres wies die 23-Jährige wenig später entschieden zurück. Auch Mama Sylvia Wollny veröffentlichte ein Statement im Netz, in dem es unter anderem heißt, es ist schmerzhaft zu sehen, wie unser familiäres Verhältnis in den letzten Monaten in den sozialen Medien verzerrt wird. Ich möchte betonen, dass Kalanta stets meine bedingungslose Unterstützung erfahren hat. Als Mutter habe ich mein Bestes getan. Und die Zuschauer? Die fordern mittlerweile die Absetzung von die Wollnys. Wenn RTL 2 Anstand, Verstand und Respekt hat, legen sie alles auf Eis mit dieser Familie, bis alles lückenlos geklärt ist. Punkt die Wollnys laufen aktuell nicht mit neuen Folgen im TV. Ältere Staffeln kannst du dir jederzeit bei RTL Plus ansehen. Punkt Kalanta Wollny löscht Vorwürfe gegen Sylvia Wollny und entschuldigt sich. Punkt jetzt hat Kalanta den Text geupdatet. Stattdessen heißt es nun in Bezug auf die Mutter, ich möchte mich noch einmal bei meiner Mama bedanken. Sylvia Wollny, danke für deine Hilfe heute. Und ich möchte mich entschuldigen für das, was ich öffentlich über dich gesagt habe. Ich wollte dich nicht schlecht machen. Nur als ich sah, dass ihr Kontakt habt, habe ich mich in die Ecke getrieben gefühlt. Aber ich verstehe dich jetzt. Mit Kontakt meint sie die Annäherung zwischen Sylvia Wollny und Jeremy Pascal Wollny. Wie es jetzt bei den Wollnys weitergeht, wird sich zeigen müssen. Eins ist jedoch sicher, Sylvia Wollny wird nicht zulassen, dass man ihr die kleine Katalia Wollny wieder wegnimmt. Nach Jahren des Zusammenlebens ist das Kind mittlerweile wie ein eigenes Kind für Sylvia, und durch die Adoption ist Püppi rechtlich übrigens nicht mehr Sylvia Wollnys Enkelin, sondern tatsächlich ihre Tochter. Was Püppis Vater Mason dazu sagt, mit dem die Wollny-Rebellin nach eigenen Angaben nach wie vor zusammen ist, ist unbekannt. Der langjährige Freund von Kalanta Wollny dürfte übrigens auch hinter der Meldung ein Kalantas Story stecken, in der ihre Verhaftung in der dritten Person bekannt gegeben worden war.